Ja, ich begrüße Sie ganz herzlich in der Baumschule Patzelt in Memmelsdorf. Ich wollte Ihnen nur vorstellen, dass Sie jetzt auch beim Austrieb der Pflanzen immer noch pflanzen können, weil die meisten Pflanzen im Container stehen. Vor allen Dingen die Rose hat sich in den letzten Jahren so gut bewährt, weil sie ein Tiefwurzel ist. Sie verträgt die Wärme. Die Klimaveränderung ist sie ganz perfekt. Auch verschiedene Blütenstauden haben wir, die für die Hitze geeignet sind und auch sehr bienenfreundlich sind. Also Sie dürfen jetzt ohne weiteres noch Obstgehölze pflanzen, Beerensträucher von der Brombeere über die Stachelbeere bis zu der Himbeere. Wir haben ein großes Sortiment an Rosen. Sie dürfen sich in Ruhe umschauen. Wir beraten Sie gerne. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.